Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Sanierung des Segelschulschiffs Gorch-Fock soll weitergehen. Verteidigungsministerin von der Leyen einigte sich mit der neuen Leitung der Beauftragten Werft darauf, den seit Dezember geltenden Zahlungsstopp aufzuheben. Im Gegenzug vereinbarte sie strengere Kontrollen und eine Kostengrenze. Die Reparatur der Gorch-Fock war nach Vorwürfen der Korruption und Untreue ausgesetzt worden. Die Kosten hatten sich mehr als verzehnfacht und betragen inzwischen bis zu 135 Mio. Euro. Das Krieg zerrüttete Syrien und seine Nachbarstaaten erhalten von der internationalen Gemeinschaft weitere Hilfsgelder. Eine Geberkonferenz in Brüssel hat umgerechnet mehr als 6 Mrd. Euro zugesagt. Allein Deutschland steuert dazu knapp 1,5 Mrd. Euro bei. Die Gesamtsumme liegt allerdings unter dem Betrag, der nach UN-Schätzungen nötig ist, um die Millionenkriegsopfer in Syrien und den benachbarten Ländern zu versorgen. Der französischen Atlantikküste droht eine Havarie eines Containerschiffs, eine Umweltkatastrophe. Zwei riesige Ölteppiche treiben etwa 300 km südwestlich von Brest. Dort war die Grande Amerika vorgestern gesunken. Der Treibstoff des Schiffes hatte sich im Golf von Biscaya auf insgesamt mehr als 150 km² ausgebreitet. Die Ölteppiche konnten am Wochenende die Küste erreichen. Schalke 04 trennt sich von Trainer Domenico Tedesco. Damit zieht der Fußball-Bundesligist die Konsequenzen aus einer anhaltenden sportlichen Talfahrt mit zuletzt 5 Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Zunächst übernimmt der frühere Schalke-Coach Hüb Stevens gemeinsam mit Ex-Profi Mike Büskens das Mannschaftstraining. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 15. März. Ein neues Sturmtief sorgt wieder für Sturm an der See und im höheren Bergland auch für Orkanböen. Heute Nacht fällt im Osten und Süden noch Regen, im höheren Bergland Schnee, sonst teils klar, teils wolkig und ein paar Schauer. Morgen breitet sich von Südwesten neuer Regen aus, der vor allem im Süden ergiebig ist, später im Norden auch Wolkenlücken und nur noch einzelne Schauer. Am Oberrhein heute Nacht bis 7, im südöstlichen Bergland knapp über 0 Grad. Dort sowie an der Ostsee morgen bis 7, in der Kölner Bucht bis 14 Grad. Auch am Samstag windig und in der Nordhälfte viele Wolken mit Regen, im Süden dagegen häufiger Sonnenschein und milder. Ähnlich auch am Sonntag, am Montag deutlich kühler und wechselhaft, mit Regen, Schnee oder Graupelschauern. Auch einzelne Gewitter sind dabei. Untertitelung des ZDF, 2020